Das war sogar nur versehentlich... Ah, gutes intro! Hallo liebes Publikum, willkommen bei der neuen Folge den Blog Theater steam version und so wollen wir noch mal versuchen jetzt zeitlich das zu schaffen oder wollen wir lieber weitermachen da kommen ein versuch okay ein versuch naja 1 und 2 brauchen wir stimmt drück y y konnte ich nicht weil du davor standen stehe ich dir wieder im weg ja immer du stehst mir wege dabei schlechte videos ach ja hier bräuchte ich schmeißen weil manchmal es leidet da manchmal wirft da manchmal gar nicht manchmal gar nichts das passiert mir echt zweimal cool hier ne ach ach egal oder muss man alle exits äh nicht alle exits alle beige punkte kriegen ne das nicht nicht dass mir bewusst wäre ach warum sind die denn asynchron geworden weiß ich nicht wir haben alle gems also jetzt so schnell wie möglich einfach exit der hut scheit auf den hut ich mag grad sagen vergiss den hut das war zeitmäßig super das hat zeitmäßig gut hingehauen man muss es nur wollen habe ich gesagt auch mit dem captain aus der conscious corner und sowas ist doch vollkommen legitim dass das erwähnt werden muss okay mit dem captain aus der conscious corner ja natürlich hier alleine würde ich das hier niemals hinkriegen ich würde niemals spielen ne alleine würde ich das wirklich nicht spielen weil zusammen das einfach glaube ich mehr spaß ja das stimmt wohl wer alleine puzzeln möchte der soll braid spielen braid muss ich auch irgendwann mal spielen ja ich muss es mal weiterspielen weil ich bin glaube ich geistig nicht in der lage dazu kennst du den twist am ende schon gut dann gibt es keinen twist am ende oh shit das ist der twist weil es keinen gibt was ja schon für den ausgang dass er offen ist cool ne wir haben eigentlich noch nicht nachgeguckt ob wir auch einzeln den ausgang und also die zeit und die gems holen können wahrscheinlich geht das aber wo bleibt denn dann der spaß naja komm wir sind ein team eine einheit ja das sowieso rechte das ich denke schon jetzt kommt halt darauf an wie wir hier mit den katzen fertig werden mach doch mal wenn ich bxb drücke dauerlos wunderschön und da würde ich sagen haben wir auch das geschafft ich meine das war jetzt wirklich das war das war fast lupenrein wir könnten nicht schneller sein wir könnten nicht schneller sein wir könnten doch nicht schneller sein wir können doch nicht weißt du wir sind wir sind doch inkompetent ich meine wie könnten wir was haben die getan ich kann es nicht sagen ich kann es nicht sagen weil wir die zeit verpasst und verpasst und überhaupt guck wie wir hier durchsegeln wie wie die 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 könige aus könig der löwen eigentlich sind wir mehr wie die hyänen weil wir über jeden scheiß lachen oh oh sag ist noch mal zur fahrer wofa 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 eine wofa mal könig der löwen drei gesehen habe oder 1,5 wie auch immer da ist es mir erst aufgefallen weil ich da in die credits gesehen habe und da dann heller von sinn stadt und wer ist das also wen spricht sie da dann ach im menschen ich glaube daran hat es jetzt oder nein komm wir waren jetzt noch schneller gefühlt waren wir noch schneller wir haben hier quasi wir haben sind wir immer die schnellste man es ist so wir welchen das noch schneller hinkriegen wir dürfen keine sekunde verschwenden nicht nicht mal eine millisekunde wir dürfen niemand daran denken auch zu spät du sollst doch nicht denken ich habe schon wieder ich glaube der eine muss nein warte okay der hut der wird unser untergang sein nicht wenn wir ihn ignorieren warum lobotomie analrectomie ich glaube rektum inner nahe reicht schon rektum inner nahe alles nein 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 okay man kann schon losrennen wenn das kinder noch davor ist dann können wir ja gewinnen das ist gut wenn du den vorher auslöst dann kann ich schon reingehen ich glaube ich habe das mikrofon heute ein bisschen sehr laut eingestellt das tut mir leider kommen egal da müssen wir einfach ein bisschen unterdrehen das ist sinnvoller als wenn wir ekelhaft hochdrehen ich bin auch wieder hochdrehen ist besser weil wir dann weil wir dann nicht übersteuern ok deswegen ist von grundsätzlichen aus zu laut sein viel schlimmer aber wer ist schon zu laut ich gerade eben mit meinem schrei ach quatsch hat er nur oben und unten abgeschnitten nein mann 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 die blühe ich versuche sie abzulenken hau jetzt ab hau jetzt ab hau jetzt abzulecken das sagen die frauen bei mir auch immer komm schon komm schon ich meine ich will nicht sagen dass es schneller war aber es war definitiv langsamer oder also ich meine wenn wir wieder keine schaffe kriegen machen wir das gleich schnell anders geht's gar nicht ich krieg die krise ich kriege wirklich die krise ich kriege wenn jetzt diese Uhr nicht gesetzt wird kriege ich die krise ich kriege die krise JA! Die wurde gesetzt! Die wurde gesetzt! Hau rein! Nochmal! Hau rein! Nochmal! Hau rein! Schmerz! Los geht's! Das haben wir schon knapp geschafft, oder? Okay, dann können wir das ja beenden und zum nächsten Abschnitt gehen, meine Damen und Herren. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben vergessen, die Uhr zu stellen. Guckt euch das an. A++. Und hier steht... Hier steht jetzt, weil ich davor stehe und nicht er. Hier steht Y. Y. Meine Damen und Herren, das Y. 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 Ach, ach. Ich bin scheiß gebadet. Ich hab uns jetzt... Ja, ich auch. Ich hab uns jetzt doch mal ein bisschen... Ist auch scheiß gebadet. Ich bin scheiß gebadet. Aufgewacht. Na rein, hauernach. Oh, meine Damen. Nur meine Damen. So was blödes hab ich noch nie getan. Oh, da sind zu viele Katzen und zu viel Gelee. Oh, das Gelee hat mich erwischt. Ich auch. Katzengelee. Mit Jellicats. Jellicats, Jellicats. Oh, Jellicats, Jellicats. Ja, die Jellicats. Ja, dann passt es ja. Oder? Jellicats. Jellicats, Jellicats. Jellicats, Jellicats. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Das gibt einen Song in Friends, gesungen von FiBL. Es heißt Smelly Cats... Ja, heъh... Smelly Cats... Okay, komm zurück Flügel! Ah, ich hab fast zweimal es geschafft. Ich konnte den Ding jetzt nicht mehr holen. Der Knoll. Egal, wir haben das letzte Mal gesehen, mach Neustart mal. Jetzt ist er pumpt! Jetzt, Mann, unglaublich! Ich glaube, ich hab uns zu weise gemacht. Kannst du auch nicht einen Slider machen. Was? Slider? Wir können uns doch nicht Slider machen. Okay, okay, wir müssen hier einfach nur durch. Hier war, glaube ich, überhaupt nichts, weil irgendwas war nicht. Okay, wir sind durch. Okay, aber los geht's! Hier ist das Erste! Ah! Okay, wir haben's! Nichts passiert! Keine Casualties! Alle haben überlebt, alle sich dicken! Es ist einfach nur ein einziger Lärmberg, der hier die Gegend floriert. Gregor Kligan, der Lärmberg. Jawohl, diesmal war auch das Knoll. Genial! Okay! Oh! Habe ich mit Absicht draufgegangen? Äh, ich nicht. Aber tun wir mal so, als ob's so gewesen wäre. Wir haben ja alles, ne? Bis auf den da hinten. Ach, da ist noch einer? Nein! Da ganz links, ja! Den musst du, du musst du unterflügeln! Verflügeln uns! Ja, sehr gut, Flügelbursche! Okay! Oh, jetzt kommt der Hut! Jetzt kommt der Hut! Wie denn? Ups! Ich will ja schon auf Platzen bin! Nicht wahr? So! Das wäre auch jetzt ein 1, aber auf! Zack, 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 zack! Unfassbar! Ich glaube! Ich glaube! Nein! Sag nichts! Ich sage nichts! Ich sage nichts! Ich werde singen! Wir sind in der Zone! Ich habe noch eine Frau! Wie soll ich noch einen Sohn haben? 50-50 Chance! Du könntest einen adoptieren! Ein Sohn? Ein Sohn adoptieren! Stimmt! Ein Sohn, der meinen Namen trägt! Ah! 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 Jetzt! Ein Boot! Äh! Das ich nicht ziehen kann! Okay! Weil es nicht ging! Und ist doch... Ist doch... Oh! Der Tod! Ja, aber wie soll ich denn das schieben? Das geht nicht! Aha! So muss man es machen! Ach so! Ja! Ich sehe gerade! Das ist der Trick! Cool! Oh mein Gott! Handgranate! Ja! War sowieso falsch! Weil? Wir erst noch die Ventilatoren auf dem Weg ausmachen! Okay! Hol doch die Ventilatoren! Aber dann macht den doch aus! Na hier! Ach so! Das meinst du? Ja! Nicht in echten Ventilator! Der ist gar nicht an! So! Ja! Ja! Mach ich das! Okay! So! Katze besiegt! Ah! Ich auch! Deine Leiche hat mich mal wieder... Ja! Nicht wahr! So ist das! So ist das! Oh! Aber! Boah! Jetzt macht er hier aber eben... Jetzt stößt er vor! Was ist das? Ein Teleporter! Die müssen wir von unten treffen! Jackupattu! Oh! Wir haben kein Jackupattu mehr! Sehr gut! Jackupattu! 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 Ich hab das Jackpot gesagt! Vielleicht ist es auch der Jackupattu! Mann! Oh! Oh! Zieh's! Hier auf Boot! Vielleicht auch auf Boot! Oh! Ich kann ja nicht rausziehen! Das ist ja... Was ist passiert? Oh! Jelly! Angelica Cats und Angelica Snell! Oh! Mann! Wie sie mich im Hinterhalt noch erwischt hat! Hinterhalt? Hinternhalt! Mein Hinternhalt! Mein Hinternhalt! Die Geschichte eines... Eines sexy Mannes! Okay! Mein Hinternhalt! Ah! Dein Hinternhalt! Oh! 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 Wir haben wieder so'n Vieh! Okay! Ja, aber die Katze hat... Oh! Das hat mich gebissen! Aber das ist seine Chance! Das wird ihm beißen! Haben wir alles? Ich weiß... Ich glaub nicht! Oh! Ich muss auch noch hier vielleicht durch! Ride me! Ja! So I can eat you first! Was? Ja! Ich bin unten gespawren! Write me so you can eat me first! Ich verste's auch nicht genau! Ja, es ergibt doch keinen Sinn! Das gab nur 6! Ja siehste! Aber trotzdem auch nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Es ist Angelica's Smell! And Angelica Burks! Es ist Angelica's Katz! And Angelica Burks! Du musst doch hier oben! Nee! Oder? Ich krieg das einfach nicht gebacken! Ach ich bin doof! Und du kriegst es nicht gebacken! Du solltest nicht Bäcker werden und ich nicht Lehrer! Goodbye! Mann! Jetzt! Geht doch! Wie sagt man im Volleyball? Schmetter! Und die Katze töten. Ja klar, wir müssen ja erst mal die Ventis ausmachen. Weil sie sonst fliegen. Das ist alles kompliziert. Die hätte ich ja die Katze töten können. Na gut. Ach, ich bin mal einfach. Ja, mach ich. Aber ich kann ja gucken, ob hier nicht vielleicht irgendwo... Nee, der wird... Ich dachte da sein. Ha. Da oben vielleicht. Aber wie will man da auch umkommen? Wo oben bei uns? Wo oben? Da kommt man nicht hin. Was anderes kann man da nicht machen. Da kommt man nicht hin. Das stimmt. Geh mal da runter. Ja. Ha. Nee, warte. Da hab ich das nicht schon geholt. Wichtig, da hast du dich gefragt. What's going on? Cause you said... Hey, 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 hey. You said hey What's going on? Be quiet, Ali. Ja, Heidi. Die Christi, dierices... Naja, äh, wo ist denn der? Scheiß doch auf den! Das ist das nächste Level ansehen. Dort ist einer, der war's bestimmt. Nein, du nimmst die Katze! Das ist ja wie bei einer Scheidung hier. Ich verkratze. Nein, du nimmst die Kinder. Nein, ich esse die Katze. Nein, ich esse die Kinder. Oh, ab! Er hat mich gebissen. Dauerhaft so ausgesucht sein. Wird zwar noch beklopter, aber... Tja, hier kommt man noch nicht lang. Vorsicht, zieh! Oh, ich seh's. Es ist abgelenkt. Flieg! Flieg, wie du noch nie geschwommen bist! Achso, hier vielleicht. Warum? Wieso kann es denn mit seinem Hinterkopf beißen? Man weiß es nicht. Es wird für immer ein Mysterium bleiben. Ray Mysterium? Ray Mysterium. Oi. Gut. Hä? Wollen wir nicht vielleicht... Ich weiß nicht, was hier oben ist, deswegen... Ich wollte erstmal gucken. Aber ja, das wär's. Haha, sind die gut, oder... Bin nur ich bescheuert. Bin nur ich bescheuert. Das ist... Das ist nicht einfach. Ach, ich bin hier unten. Das ist nicht einfach der Beste zu sein. Das ist nicht einfach der Beste zu sein. Okay, ich bleib mir stehen, ich bleib mir stehen, ich bleib mir stehen. Cool. Okay, okay. Wir müssen irgendwie da oben anlegen. Die Blase... Tötet nur mich? Ne, die hat den Roboter auch kurzzeitig ausgeschalten. Alter. Ey, der Skipper nicht! Wieso spon ich immer nach oben? Das ist so dumm. Ey, jetzt schießt der immer erst, wenn ich da... Da bin! Will der mich verarschen? Ich bin hier, Heinz. Ich geh mal. Der ganze Rhythmus... Ne. Der Ehrgeiz hat den jetzt gepackt. Da, gucke. Ausgeschalten. Yay. So, jetzt können wir weiter. Aber nur mit Priel. So. Dankeschön. Gerne. Achso. Weiter, genau. Ich glaube noch nicht ganz. Da links. Wuuu! Okay, da hast du mich auf die Zeit geholt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Einfach so ein Level, wo man 15 Minuten Zeit hat. Das wär so schön. Aber wir haben auf jeden Fall alle Sachen eingesammelt. Das ist schon mal nicht verkehrt. Das ist das dritte Level. Das heißt, wir können es normal versuchen. Ich weiß halt zeitlich gar nicht, wo wir grad sind. Aber das Level sieht ein... Es wirkt machbar. Nicht, wenn ich nicht so einen Scheiß machen würde. Woll geht eigentlich. Das war dumm. Kommt der jetzt die Katze hier runter. Hä? Wieso ist der Ventilator schon wieder an? Wann war das die Katze? War das nicht? Ne? Ich hab die falsch geguckt. Ach, warum? Bin ich eigentlich... Sie sehen, wie ich die einfach mal hier juckt habe. Da ist ja richtig, wie die juckt. Da braucht man hier. Leider ja. Nein. Na ja, da unten muss ich erstmal auch. Oder ich schmeiß... Schmeiß mich. Schmeiß mich. Vorsicht Jelly. Die Angelica Cats, Angelica Birds, and Angelica Fish, and Angelica Gel. Cool. Was? Ja, ne? Ah, frische Luft. What time is it? It's Schweiß time. Die Schweißzeit ist angebrochen. You know what killed the dinosaurs? The Schweiß Age. Aja, man braucht ja die ja... Ich war da nicht mal bei irgendwo in seiner Nähe, das ist so dumm. Ne, ne, dann brauchen wir die jetzt nicht. Dann werfen wir einfach mal. Sorry? Ja, das war einfach nur... Vorsicht vor dem Jelly. Na ja. Old Man Jelly. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Ja, festhalten. Ja, klar. Haben wir die vergessen da oben? Ich bin hier unten! Warum bin ich jetzt hier unten? Immer wieder! Das gibt's doch nicht! Vor allen Dingen, weil man... Warum spawnen wir an so blöden Stellen stellenweise? Kann ich dir nicht sagen. Stellen stellenweise. Ich hab zweimal dasselbe Wort gesagt, deswegen ist es lustig. Ist es das? Ich weiß nicht. Wir sollten ein Gremium von mindestens 15 Mann über mehrere Monate hinweg beurteilen. Stiefelring. Ja, oder? Ja. Du musst warten. Du musst vielleicht einfach die Kinder dafür drücken. Naja, du musst aber noch warten, dass ich sie drücke. Also... Ich bin hier nicht der Schuldige. Nur die Tomaten kommen in den Garten. Ja, komm. Ja komm, lass mich jetzt oder rechts spawnen. Dann... Doof. Ja! 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 Ich bin da wieder da! Oh! Was?! Ich fühl's schon ein b Làm... Bitte warte mich auch so! Ich dachte komm, du stehst da unten rechts! horn! ja auch links ja ich weiß nicht einmal doch okay okay und dann vielleicht einfach vorsichtig aber die folge beenden weil wir sonst nicht wissen ob das nicht so lange drüber ich habe sie gerade nicht angemacht selbst nach dem du es erwähnt war hast habe ich sie noch gar nicht angemacht ich habe ihn abgelenkt mit meiner präsenz mit meinem präsenz genau präsenz subjekts objekt da kennt man das ja präsenz noch mal ach ja jetzt hier und jetzt ja hau ab ich wollte doch überspringen wird immer dieser robo da kann es glaube ich noch versuchen komm wenigstens mit dem kopf durch den durch den robo ja durch den teleporter und dann das ding einsam mit dem toten kopf totkopp also okay dann heißt es jetzt das schnellste machen was wir jemals gemacht haben das geht ja nicht der hut der hut okay ja dann können wir den hut noch holen an dem moment jetzt hier oben ist wir haben wir haben da leuchtet immer der ganze bildschirm grün aber ich glaube man geht doch da geht er noch wie so ein bekloppter naja aber die zeit haben wir bestimmt nicht ich meine das war schon das war der kosakentanz oder so ne wir haben den hut wir haben den hut dieser high note high note high hut naja hut frei hut frei den können wir nicht in die Welt hinauslassen ha französisch oder ein klingolisch was hast du da gerade gesagt aber das war kühlschrank